Freunde, ich heiße Henke und euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Henkes Corner. Es ist endlich mal wieder soweit. Es gab viele, ich sag mal, Schwierigkeiten auf den Weg hierhin, aber wir haben es endlich wieder geschafft. Tomato Licks in der Corner. Ihr habt es gewollt, wir haben es geklärt. Da ist er. Ich grüße dich. Hallo, ja. Freut mich hier zu sein. Ey, ich freue mich des Todes, dass du dabei bist. Das ist ja auch total geil. So, wir hatten nämlich, wir waren zusammen auf dem Splash. Stimmt, ja. Und das ist mein großer Vorteil, ist mir da wieder entgegenkommt. Und da hast du gesagt, Henke, wann darf ich denn mal in die Corner? Da habe ich gesagt, ey, Alter. Und ich weiß das immer gar nicht, ich check das immer nicht, dass die Leute da echt Bock drauf haben. Und ich eigentlich kaum jemanden fragen muss. Ja, so mal eine Stunde mit dir quatschen, ist doch geil. Ey, ist doch auch geil. Kostenlose Therapie. Und da habe ich gesagt, ey, sofort. Wir müssen es auf jeden Fall machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Tomato Licks in der Corner. Ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht es gut. Ja, war ein bisschen viel los jetzt eben. Ja, kleine Vorstory. Ich habe ja normalerweise, habe ich ja mein kleines Gerät. Ich meine, mein Zoom-Rekorder. Oh, der kennt jetzt einfach die SD-Karte nicht mehr. Und da war gerade wieder großer, großer Hackmack, großer Spaß. Jetzt haben wir es aber, jetzt sind wir zu Felix gefahren hier in den Innenhof. Sehr, sehr schön hier. Und wir dürfen deine Kamera mit benutzen. Yes. Genau, deswegen sieht das vielleicht ein bisschen schöner aus als sonst. Der Flex. Pass auf. Okay, wir fangen damit an. Okay, genau. Wie funktioniert das hier eigentlich? Ja, pass auf. Wir gehen immer so ein bisschen, immer so den Werdegang so ein bisschen durch. Du bist ja tatsächlich YouTuber der ganz, ganz frühen Stunde. Und ich glaube, das wissen viele gar nicht, weil du, ich glaube, du hattest nie so eine, so eine, ich sag mal, Szenenpräsenz wie jetzt. Voll. Du kannst deine Videos immer mehr viraler gehen, aber du bist tatsächlich schon, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, seit, ich muss mich korrigieren, 2012 dabei. 2010 habe ich den Kanal gegründet. Ach du Scheiße. Ja, also ich weiß nicht, von wann das, ähm, das älteste Video gerade ist, aber tatsächlich 2010, davor als Zuschauer viel unterwegs gewesen, hab alles geguckt so, äh, was damals halt so. Also da war ja auch noch nicht so viel. Ja, ja, aber so 2006 oder so, als YouTube gerade losging, also erst gab es so My Video in Deutschland so ein bisschen, das war dann so ein Ding, oder davor gab es irgendwelche Clip-Seiten, so ganz komische Sachen, wo irgendwelche Fail-Videos waren und so. Und dann kam langsam YouTube auf, am Anfang auch nur englischsprachig und so, aber habe ich da schon verfolgt und dann irgendwann gedacht, yo, also ich habe ehrlich gesagt Mr. Trashpacks Videos gesehen und gedacht, das, was der macht, das kann ich auch. Das ist gar nicht besser. Das kann ich mindestens genauso gut. Und, äh, habe dann tatsächlich meinen jetzigen YouTube-Kanal erstellt. Tomatolix. Tomatolix. Wie kam der Name zustande? Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet, äh, irgendwann mal hinter der Kamera. Das kann gut sein. Naja, also, damals war das ja so, dass, ähm, man so Fantasienamen hatte, ne? Es waren so die Zeiten von Colt Mero, äh, Liv Floyd, Mr. Trashpack, solche, ähm, Halunken. Aber Liv Floyd ist eigentlich ein voll cooler Name irgendwie. Voll, ja. Der Floyd ist richtig cool. Und da hat sich der kleine Felix gedacht, okay, wie könnte ich diesen YouTube-Kanal nennen? Und habe so verschiedene Sachen irgendwie aufgeschrieben, was man da so machen könnte. Habe irgendwelche in so Wörterbücher geguckt, um zu gucken, was coole Wörter sein können. Da kam Tomate drauf. Und dann habe ich irgendwie halt, äh, ja, also verschiedene Sachen mal zusammengesetzt und unter anderem Tomatolix. Tomato wie Tomate, weil ich sehr schnell rot werde oder auch früher in der Schulzeit super schnell rot geworden bin, so beim Sport, wenn mir was unangenehm war oder was auch immer. Und das Lix für Felix. Und so ist dann irgendwie Tomatolix entstanden. Und, äh, ja, ich habe den Kanal so genannt. Ob ich das heute nochmal so machen würde? Ich glaube nicht. Aber jetzt heißt er so. Jetzt ist es so und jetzt passt das auch. Ja. Dann ist es auch in Ordnung. Irgendwann hat man auch so einen Punkt erreicht, da denkt gar keiner mehr so richtig über den Namen nach, sondern ist das halt so, ne? Dann nimmt man es so für selbstverständlich, wie eigentlich jeder Name, den man so kriegt. Ja, genau. Mit dem Namen, den man quasi groß aufwächst. Das ist jetzt beispielsweise, guck mal, ich würde mein Kind auch nicht Kevin nennen. So, aber es ist jetzt für mich, ich werte jetzt beispielsweise Papa Platter, also Kevin, werte ich jetzt auch nicht an seinem Namen. Ja. Also doch, tue ich schon, aber ich würde es niemals offen zugeben. Ja. Nee, aber was ich tatsächlich, ich versuche immer so einen kleinen Random Fact, wo die Leute nicht erwarten, dass ich ihn weiß. Aber das erste Mal bist du mir aufgefallen. Ich kenne nämlich deinen Kanal schon sehr, sehr lange. Mhm. Und da war Tomatolix als Superheld inszeniert. Oh ja. Das waren die Anfänge. Ja, tatsächlich habe ich mich damals als Superheld verkleidet, der auch Tomatolix hieß. Und ja, habe Sketche gedreht und irgendwie ein paar unangenehme YouTube-Videos produziert. Aber ich habe nachgeschaut, das gibt es gar nicht mehr, ne? Davon gibt es nicht mehr viel, ne. Also ich habe vieles irgendwann, das war mir dann schon zu unangenehm. Ja, verstehe ich. Auch, also jetzt ist der Content halt einfach so ganz anders. Und wenn dann einem so ein zehn Jahre altes Tomatolix-Video vorgeschlagen wird, wo ich irgendwie als Superheld verkleidet durch die Düsseldorfer Innenstadt laufe, weiß ich nicht, ob das so sein muss. Ich meine, da war es, wie gesagt, zehn Jahre her. Du bist jetzt, müsstest du, es stehen tatsächlich zwei unterschiedliche Daten im Internet. Der eine sagt, du bist 93er-Baujahr, der andere 94er. Ja. Was ist es? 93. Das heißt... Aber dann machst du ja dieses Jahr die 30 voll. Oder hast du die schon voll gemacht? Nee, kommt noch. Kommt Ende November, mache ich die 30 voll. Ach du, die. Ja, ist auch eine komische Zahl, die so ein bisschen gruselig klingt irgendwie. Aber ich sage dir ehrlich, Felix, das sieht man dir nicht an. Ich weiß. Du könntest mich voll und ganz anlügen, dass du sagst, ey, ich bin 24. Ich würde es dir sofort glauben, wenn ich nicht nachgucken könnte. Ja. Bin ich auch froh und ich fühle mich auch wie 24. Ist auch so, ne? Ja. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Genau. Immer merken. Nee, sehr geil. Dann ging das ganze Ding weiter. Dann hatte ich dich so auf dem Schirm, ich habe dich immer in Verbindung gehabt, so ein bisschen mit Mediakraft. Damals noch eins der größten YouTube-Netzwerke, wenn ich das größte YouTube-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Wie standest du in der Verbindung? Ich glaube, du warst so von den kleineren Creatoren, gehörtest du da so mit dazu. Warst du innerhalb des Netzwerkes quasi eingeschrieben oder in der Kartei? Und ich glaube, hast du dafür auch gearbeitet? Genau. Also ich bin 2012 wurde ich bei Mediakraft aufgenommen ins Netzwerk durch irgendwelche Connections, auch mit meinem Kanal, der auch super klein war. Ich glaube, das war auch einfach nur, weil mich die Mitarbeiter mochten oder der Sebastian Kluge, der damals auch bei Mediakraft war. Und dann habe ich 2013 Abi gemacht, also vor zehn Jahren und habe dann irgendwie was in dem Bereich machen wollen und habe mich dann dafür im Praktikum beworben, habe dann irgendwie schön mit Christoph Krachten ein Vorstellungsgespräch gehabt und dann wurde ich da eingestellt als Praktikant und habe da erstmal gearbeitet. Und genau, war dann 2013 bei Mediakraft, habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter, Bild und Ton machen wollen, also so Kameraschnitt mal richtig lernen und habe mich da bei verschiedenen Firmen beworben. Aber Mediakraft hat mir dann auch angeboten, das in deren Produktionsabteilung zu machen und habe ich dann gemacht, weil ich wollte YouTube machen, die ganze Zeit schon und quasi Produktion im YouTube-Kosmos fand ich halt richtig geil und dann habe ich meine Ausbildung bei Mediakraft gemacht. Auch alles sauber abgeschlossen? Sauber abgeschlossen, ich bin zertifizierter IHK Mediengestalter, Bild und Ton. Ach, richtig, richtig IHK und alles. Ja klar, volles Programm. Nee, sehr, sehr gut. Da hast du auch, ich glaube, da hast du so zeitweise sogar noch mit Lena zusammengearbeitet, oder? Genau, stimmt. Wir haben auch zusammen bei Mediakraft gearbeitet, haben da, genau, sie war im Partner-Menspiel, Management-Bereich und ich war halt in diesem Produktionsbereich, genau, habe dann da für andere YouTuber geschnitten, irgendwie für die Lochis oder X-Laeta und solche YouTube-Kanäle. Boah, Junge, das ist ja ultra, ultra lange her. Genau, und habe dann halt auch gedreht und irgendwann auch einen eigenen Kanal von Mediakraft betreut als Producer, aber auch vor der Kamera. War das dieser, das war dieser Infotainment-Kanal-mäßige, ne? Ja, so geht das, hieß das. Genau, genau, genau. Den habe ich dann da. Den habe ich nicht alleine gemacht, da waren noch andere Protagonisten. Wir hatten eine, genau, Moderatorin, die wir da gebucht haben für die Kim, die war mit dabei und dann waren manchmal noch andere Leute irgendwie so wild mit dabei, aber wir waren so schon so das Hauptteam vor der Kamera und genau, da habe ich halt quasi hinter den Kulissen alles Mögliche gemacht, von der Recherche der Themen über Dreh bis Schnitt, so das volle Programm, quasi das, was man als YouTuber macht, aber angestellt bei Mediakraft. Du hast es richtig so von der Pike auf gelernt. Dann ging es ja irgendwann an dem Punkt, du hast ja deinen YouTube-Kanal dann wahrscheinlich so nebenbei immer so weitergeführt, wie es halt ging. Genau, ja, also schön abends nach der Arbeit dann oder am Wochenende statt irgendwie was zu unternehmen, feiern zu gehen oder so, dann schön die Zeit in den YouTube-Kanal gesteckt. Würdest du sagen, das fehlt dir oder hast du den Gedanken, dass du da was verpasst hast oder holst du das ganz gut nach? Weißt du, das hole ich jetzt gerade alles nach. Naja, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass mir das manchmal so ein bisschen fehlt, dass ich irgendwie schon gerne so ein bisschen mehr so in der jungen Zeit gelebt hätte, mehr so, keine Ahnung, mehr Partys, mehr irgendwie Sachen machen oder halt einfach so Zeit mit irgendwelchen Menschen verbringen, weil dann sitzt du irgendwie alleine oder mit deinen YouTube-Freunden irgendwie zusammen zu Hause und machst die Videos, aber es ist halt schon was anderes. Und ja, also ich denke schon manchmal, es wäre irgendwie cool gewesen. Andererseits war das halt das, wo ich damals für gebrannt habe. Ich hatte Bock, dieses YouTube-Ding zu machen. Das war halt mein Hobby. Ich habe das irgendwie so mit Leidenschaft gemacht. Ich hatte ja auch gar nicht irgendwie das Ziel oder den Gedanken, dass das irgendwie so groß werden könnte. Ich habe das gemacht, weil das irgendwie geil war. Also ich bin halt so ein richtig mit YouTube aufgewachsen und so ein richtiger Vollblut-YouTuber, glaube ich. Ich fühle das aber voll, in dieser Generation aufgewachsen zu sein, weil für mich war das genauso. Vielleicht warst du so von der Lokalität ein bisschen besser aufgestellt, weil du hier in der Nähe von Köln ja auch aufgewachsen bist, soweit ich weiß. Genau, in Mönchengladbach, so eine Stunde entfernt. Und dann bist du ja wirklich nicht weit weg davon. Und ich dachte mir immer, so in Schleswig-Holstein gab es halt nichts. Wir hatten Fresh Torge, der hat aber an der Nordseeküste gewohnt. Und dann hattest du noch Hamburger Hänger ganz, ganz früher. Die Truppe um Alberto und Simon Desue. Und zwischenzeitlich gab es auch mal so eine Phase, da waren die ganzen Tube-One-Arzten so, die Gang. Die haben auch voll viel in Hamburg gemacht. Aber auch später Simon Desue, Shirin David und wie sie alle heißen. Die waren dann auch voll viel in Hamburg unterwegs. Die Außenseiter waren dann auch zeitweise da. Aber das waren nie so die Leute, die ich halt so gefeiert habe. Die waren für mich immer alle so, oh, Köln. Köln ist das gelobte Land. Und alle sind in Köln. Und dann kam ich das erste Mal zu einer Gamescom hierher und war so richtig so, okay, das ist also Köln. Bisschen enttäuscht. Es war so richtig ernüchtert, weil man hat so, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das Gefühl kennst, aber man hat so voll die rosa-rote Brille von diesem Business. Voll, klar. Man stellt sich das ja immer anders vor. Und das ist ja das Gleiche auch, wenn du jetzt so irgendwelche Filmsets siehst. So in Filmen sieht das so richtig krass aus. Bist du da, ist das irgendwie so klein, schmuddelig und gar nicht so beeindruckend. Und so ist das auch mit Köln oder der ganzen YouTube-Branche. Also es sind halt dann doch alles ganz normale Menschen. Und es sieht hier... Es ist trotzdem, ich würde trotzdem sagen, es ist ein geiler Beruf. Es ist trotzdem geil, so irgendwie cool. Voll, ja. Und diese Szene ist auch, auch wenn, ich sag mal, mit den letzten Jahren, so hatte ich das Gefühl, immer mehr so Streit dazugekommen ist. Aber ich glaube, es ist eine logische Konsequenz dessen, wenn immer mehr Geld in so einer Szene fließt. Aber es ist trotzdem eine Szene, die ich immer noch sehr gerne mag, allgemein diese Internet-Szene. Aber auch dieser Kreis an Leuten, den wir ja aktuell haben, mit denen wir auch so im Splash unterwegs waren und so weiter und so fort, gerade so unsere Kölner Arzt. Das finde ich eigentlich schon geil, aber ich muss sagen, so als ich dann reingekommen bin, das war ja verhältnismäßig spät. Ich kam ja in die Szene erst so 2017, 2018 selber als Creator, beziehungsweise damals dann mit dem Twitch-Hype, so als Twitch-Streamer. Und das hat mir ja, also wo ich dann die ersten Partys so erlebt habe, die ersten so Szene-Events, wo dann auch andere Creator so aufgetaucht sind oder da irgendwie waren. Und man hat sich irgendwie so, man war mal irgendwie wert in diesem ganzen Bereich und hat sich mal mit anderen Leuten ausgetauscht. Und das war für mich schon so, da gab es schon den harten Schlag drauf, dass du gemerkt hast, das ist ja eigentlich total anders, als du es dir immer so vorgestellt hast. So und es ist immer dieses Klassische, da hatte ich zum Beispiel in der Folge mit Jodie drüber geredet, das ist dieses Never meet your idols. Ja, stimmt schon ein bisschen. Ja, weil manche ist, weil manchen war dann so, der Typ ist eigentlich gar nicht so cool, wie man das so von außen dachte. Und man war dann so ein bisschen enttäuscht. Aber wiederum auf der anderen Seite gibt es da voll viele Creator, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die voll geil drauf sind, weißt du? So und das ist trotzdem was, gerade weil es so facettenreich ist und weil es alles so eigene Typen sind, so eigene Personen in diesem ganzen Bereich, hast du so viele unterschiedliche Charaktere, was die ganze Szene auch irgendwie so spannend macht. Voll. Weil es ist ja irgendwie so Sky is the limit, du hast da so viele Möglichkeiten, Content zu kreieren. Und gerade mit den, wie sich das aufgefächert hat mit den vielen verschiedenen Creatoren, gerade bei trotzdem noch so einem jungen Markt wie die Influencer-Szene oder die Content-Creator-Szene ja darstellt. Ich meine, wir reden hier von, die deutsche Szene ist erst so richtig losgegangen, so 2010 würde ich sagen. Ja. Da sind die ersten so richtig hochgegangen. Also der erste, der mir aufgefallen ist aus der deutschen Szene, war Maniac damals. Ja, ja. So. Ich meine, der hat seinen Kanal, glaube ich, schon zu YouTube-Gründung gemacht, so 2006 oder 2007. Der ist ja ewig, ewig dabei. Wobei der jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel stattfindet vor der Kamera. Ja, ich glaube, der ist noch bei so einem Filmkanal irgendwie manchmal mit dabei. Stimmt, genau. Letztens noch, also zu Weihnachten war bei YouTube so eine Weihnachtsfeier, da habe ich den nochmal getroffen. Das war auch cool. Weil das ist auch das Coole, man trifft immer wieder so die gleichen Leute wieder und kennt die dann halt auch seit zehn Jahren. Also Maniac kenne ich auch schon ewig. Aber man verliert das total, ne? Man verliert so irgendwie so ein bisschen das Bewusstsein dafür. Wo ich dann auch letztens da saß und dachte mir, weil Kevin war ja eine der ersten, ich sag mal, großen Kontaktpunkte, die mir so ein bisschen meinen Weg, ja, geebnet haben. Ich glaube, heutzutage geht das auch fast gar nicht mehr anders. Ja, weil früher sind die Kanäle irgendwie durch den Algorithmus, haben sich so hochgezogen. Das geht jetzt gefühlt nur noch so über TikTok richtig krass. Aber so damals, so gerade wenn ich so Twitch betrachte, gab es immer wie, kann man eigentlich Münzen, wie so auf diese Hip-Hop-Szene, gab es immer einen Gönner, so der irgendwie, du konntest ja gar nicht vermeiden, du hast guten Kram gemacht und ein größerer Creator hat deinen Scheiß geteilt und so geht dein Kram dann immer viraler. Das ist vielleicht heute so der Effekt mit den ganzen Reaction-YouTubern oder Streamern. Und da war Kevin halt für mich so eine Person. Und wenn ich halt jetzt zurückdenke, ich kenne jetzt Kevin auch schon fast sieben Jahre. Und für mich ist das so, ey, mir kommt die Zeit gar nicht so lang vor, aber sieben Jahre ist halt schon eigentlich so voll das Brett. Also wenn du mal so deine Lebenszeit anschaust. Total. Großteil davon. Riesiger ist es, mehr als ein Viertel so. Und das ist schon abgefahren, wie lange ich das jetzt eigentlich mittlerweile schon mache so und wie lange ich auch in dieser Szene schon stattfinde. Und das ist auch irgendwie schon so normal geworden mittlerweile, weißt du. Weil früher habe ich mir, ich weiß nicht, ob du das ähnlich fühlst, es beeindruckt einen nicht mehr so krass, wenn man so bekannte Leute aus diesem YouTube-Kosmos sieht. Früher hat man noch irgendwie so diese Fansicht gehabt, so, oh, ich finde sein Kram cool so und boah, das ist cool, mal mit dir zu quatschen oder so. Klar hat man das immer noch teilweise. So vereinzelt vielleicht, so bei ganz besonderen Personen vielleicht. Und jetzt, wenn ich so auf so ein Event komme, ist so, den begrüßt du mit der Handsteine, ach ja, die ist auch hier schön. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sag so, ich kriege so Puls. So, Alter, da ist jetzt Simon Unge, der ist jetzt da. Boah, krass. Das ist gar nicht, das ist irgendwie weg. Ja, man gewöhnt sich halt dran, ne? Also man stumpft dann da auch so ein bisschen ab. Aber ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es ist dann einfach nicht mehr so weird. Ja. So, dann ging es ja weiter. Es kam irgendwann so ein bisschen dieser Zerfall von Mediakraft. Genau. Dass Mediakraft sich immer mehr so aus diesem YouTube-Business, was heißt, zurückgezogen hat. Aber ich weiß gar nicht, ist irgendwie, wie viel Mediakraft noch heutzutage existiert. Die ist nicht mehr. Die haben vor ein, zwei Jahren das komplett eingestellt. Genau, also das wurde, ja, also es gab ja eh so einen Trend weg von den Netzwerken hin zu eigenen kleinen Managements und Agenturen, die vielleicht einzelne Künstler betreuen. Und ja, Mediakraft wurde dann verkauft an irgendeine Firma, die auch so ganz viele komische Gaming-Sachen im Portfolio hatte. Und ja, das war halt nichts mehr. Da waren dann auch keine Mitarbeiter mehr so richtig am Start. Und dann ist das relativ schnell, glaube ich, zerfallen. Bei mir war das so, dass ich irgendwie dann meine Ausbildung irgendwie 2017 beendet habe. Dann habe ich noch so ein bisschen bei Mediakraft gearbeitet. So, habe dann irgendwie da so drei Tage die Woche, glaube ich, gearbeitet, damit ich noch mal zwei Tage mehr habe für meinen eigenen YouTube-Kram. Und habe dann so das langsam aufgebaut, sodass ich dann so 2018 da gekündigt habe und dann mich komplett selbstständig gemacht habe mit meinem Kram. Da hast du sozusagen eine eigene Produktionsfirma, wenn man so will. Und die habe ich jetzt seit 2020. Da habe ich quasi eine richtige Firma gegründet, damit ich auch so Mitarbeiter anstellen kann und so. Und davor war ich halt dann so selbstständig und habe dann irgendwie mal Leute gebucht auf Rechnung, mal einen Kameramann oder so, um das so zu machen. Und genau, das hat sich bei mir halt im Vergleich zu anderen so super langsam entwickelt. Also ich habe so, ja, dann 2010 da irgendwie angefangen mit meinen Videos und dann irgendwie diese Ausbildung. Habe immer schon irgendwie in diesem professionellen Bereich mitgearbeitet durch die Arbeit bei Mediakraft. Aber, ja, habe das sehr, sehr langsam alles irgendwie aufgebaut. Jetzt muss man aber auch sagen, du warst tatsächlich, ich glaube, das Erste hast du vor auch sieben, sieben oder acht Jahren hochgeladen. Du warst einer der Ersten, die mit diesen Selbstexperimente-Geschichten angefangen haben. Stimmt, ja, 2016, glaube ich, habe ich das Erste hochgeladen. So ziemlich. Ich glaube, da war noch, was hatte ich denn damals gesehen? Also ich habe so ein bisschen durchgescrollt. Das war aber jetzt, was habe ich vor ein paar Tagen gemacht? Ich glaube, Gitarre lernen in einer Woche, da hast du mal Sprachen lernen in einer Woche, habe ich da gesehen. Ja. Ganz, ganz verschiedenes Zeug. Aber du warst schon sehr, sehr früh dabei und hattest auch ein starkes Produktionsniveau da schon. Ja, weil ich halt irgendwie diesen Mediengestalter-Background hatte und es mir schon immer wichtig war, auch schon davor, habe ich mir das halt so selber beigebracht, dass das gut aussieht. Also Produktionsqualität war mir immer schon sehr wichtig, weil ich irgendwie mich da immer weiter verbessern wollte. Ich habe auch früher in der Schulzeit dann irgendwelche Nebenjobs gemacht, nur um mir noch geileres Filmequipment kaufen zu können. Dann habe ich da irgendwie schön irgendwie jede Woche so nach der Schule irgendwie Medikamente im Großhandel verpackt, damit ich dann mir ein Mikrofon für 200 Euro irgendwie kaufen kann in dem Monat. Genau, also immer alles ins Equipment gesteckt. Mache ich heute noch gerne irgendwie Equipment kaufen, um sich da halt zu verbessern und immer geilere Qualität liefern zu können. Und das kriegst du ja auch ganz gut hin. Ist auch, ich sage mal, bis dato sehr gut gelaufen. Dein Kanal ist jetzt mittlerweile auf eine Million. Das ist krass. Das ist die crazy Zahl. Ich habe vorhin, wir waren ja in deinem Büro, da haben wir uns das ein bisschen angeschaut, übrigens sehr, sehr schön. Da war dieser goldene Playbutton, da habe ich den so gesehen und dachte, boah, ist eigentlich, ist voll geil. Ist schon geil, den so zu haben oder das mal so zu sehen. Ich kannte das immer, ich habe bei, das erste war ich so ein Playbutton, ich habe bei Simon gesehen in der Bude und der hat ja direkt zwei gehabt. So damals für diesen Ungefilmt-Kanal. Ich glaube, jetzt hat er sogar noch einen dritten für diesen Ungefilmt-Kanal und so. Ich fand das so absurd. Ich denke, Alter, der hat da, weißt du, schon einer ist so krass, sondern hat direkt zwei davon. Aber das war nochmal eine andere Zeit, da war er da im totalen Hype. Ja. So, wie war für dich der Gedanke, wo du so an dem Punkt warst, Alter, eine Million? So. Es ist irgendwie krass, man arbeitet da so die ganze Zeit drauf hin irgendwie. Also die ganze Zeit denkt man, boah, irgendwann mal eine Million Abonnenten haben, das wäre so ultra krass. Ja. Und irgendwann entwickelt sich das dann hin und du siehst, okay, es fehlen noch 40.000 Abonnenten und es wächst die ganze Zeit weiter. Und als das dann passiert ist, war es irgendwie gar nicht so besonders. Ich war da gerade irgendwie in Kolumbien im Dschungel, habe irgendwie auf die nächste Ayahuasca-Zeremonie gewartet und habe dann so aktualisiert und gesehen, okay, es ist jetzt passiert, es sind jetzt die Millionen und es war schon cool, aber es war jetzt auch irgendwie, ja, jetzt auch nicht so krass anders, also man stellt sich das so krasser vor, als es dann tatsächlich ist und irgendwie war das dann auch so ein bisschen traurig, weil dann so das Ziel abonnentenmäßig zumindest erstmal weg ist, weil was ist jetzt so das nächste Ziel abonnentenmäßig? Keine Ahnung, ist mir jetzt komplett egal. Davor habe ich so ein bisschen mehr auf die Abonnenten geachtet, jetzt ist es egal. Jetzt ist es geschafft. Ja, genau, also das ist so ein großes Ziel gewesen, so was ich hatte, irgendwie einmal dazu zu gehören, zu den größten YouTubern, die eine Million Abonnenten haben und das ist halt jetzt passiert, so. Bin there done, Dad, jetzt haben wir es gemacht. Wie, ich meine, und das hatten wir ja eben schon, du bist schon, wie gesagt, sehr lange dabei und hast sehr lange, ich sag mal, auf diese Zahl ja hingearbeitet. Und wie war es für dich so Motivationsweise? Konntest du das immer so aufrechterhalten oder gab es auch mal so Punkte, wo du gesagt hast, boah, irgendwie, es geht nicht so krass voran, wie ich es gerne hätte und dann auch langsam geht es mir so ein bisschen auf den Sack, so vielleicht lasse ich es einfach sein. Wie hast du dir immer so diese Produktivität und auch diese Motivation so behalten, das wird irgendwann so funktionieren und ich mache einfach weiter? Also es war natürlich nicht immer einfach, weil natürlich lange Zeit das nicht gut läuft, ne? Da machst du Videos für 20 Leute irgendwie und naja, das Ding war halt, ich habe es nicht direkt gemacht, weil ich damit jetzt unbedingt erfolgreich werden wollte, sondern weil mir das Produzieren des Videos alleine Spaß gemacht hat. Ja. Und du hast ja dann immer irgendwie kleine Erfolge, dass dann mal ein Video irgendwie dann 10.000 Aufrufe macht und dann mal 50.000 Aufrufe und sowas pusht einen dann ja schon irgendwie oder motiviert einen. Aber ja, es gab auch viele Phasen in der Zeit meines Kanals, in denen ich sehr unregelmäßig Videos gemacht habe, dann vielleicht nur eins im Monat oder eins in drei Monaten oder irgendwie sowas. und ja, es kamen dann immer halt so, also Phasen, da lief ich es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter und ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Liebe zum Content produzieren nicht verloren und habe einfach weitergemacht. Perfekt. Aber jetzt hält sich das ganz gut und man könnte auch sagen, also so würde ich das mal einschätzen, du musst dir jetzt keine großen Gedanken machen, wie du das nächste Video finanzierst. Also klar, es hängt schon irgendwie von ab, dass du schon was dafür tust und dass da irgendwie alles läuft, aber du hast ein bisschen mehr Luft und Puffer, was das angeht. Und mittlerweile kommst du damit ganz gut über die Runden. Stimmt. Andererseits habe ich jetzt irgendwie Mitarbeiter, die bei mir... Ist auch Verantwortung mehr wieder. Genau, mehr Verantwortung. Und naja, dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 20, 30.000 Euro Fixkosten auf einmal im Monat, weil du dann irgendwie Büro bezahlen musst, Produktionsauto, die Gehälter der Mitarbeiter, das Equipment, Kaffee für die Kaffeemaschine, was auch immer. Da kommt ja schon eine Menge zusammen. Natürlich, ja. Und das ist dann schon manchmal, auch bei meiner Größe gar nicht so easy, wenn man mal Zeiten hat, wo gerade nicht so viele Kooperationspartner Interesse an einem Video haben. Also das hatte ich auch irgendwie letztes Jahr mal, dass dann eine Zeit lang einfach nichts eingebucht wurde, keine Shoutouts und so. Und wo ich dann auch schon so ein bisschen Sorge hatte. Also ich hatte vorher natürlich ein bisschen was gespart, damit das irgendwie safe funktioniert. Ja. Aber es ist dann trotzdem gar nicht so easy, wie man dann vielleicht denkt, weil über die YouTube-Klicks alleine würde sich das nicht refinanzieren. Also die Videos sind teurer als das, was über die reine YouTube-Werbung reinkommt. Das heißt, ich muss Placements machen. Und da bist du ja auch ein bisschen wählerisch, dass du nicht irgendwie alles irgendwie machst. Natürlich. Und das macht es manchmal nicht so ganz einfach. Inwiefern funktioniert dieser Prozess, wie du dir deine Kooperationspartner aussuchst? Hast du große Optionen oder passt du dann auch teilweise Videokonzepte darauf an, was dir quasi so vorliegt? Angenommen, du hast jetzt sowas wie Sprachlern-App oder sowas, was du dann ganz gut so integrieren kannst. Oder machst du es meistens unabhängig davon? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also grundsätzlich läuft das so, ein Kooperationspartner, eine Firma kommt auf uns zu und fragt, hey, wir hätten Bock, was mit dir zu machen. Und dann schaue ich erstmal in meinen Videoplan. Ich habe eine große Liste an Themen, die ich gerne umsetzen möchte und schaue, passt da irgendwas zu diesem Partner. Weil das ist dann perfekt. Irgendein Video, was ich eh machen möchte, was ich dann dadurch refinanzieren kann, dass der Partner irgendwie mit dabei ist. Das mache ich so am liebsten eigentlich. Dann passiert es manchmal, dass dann so Sachen kommen wie, keine Ahnung, das hatten wir jetzt letztes Jahr, der Zoll wollte nochmal Werbung machen für sich, dass man da arbeiten kann, weil die Nachwuchs suchen. und haben gefragt, hey, möchtest du was mit uns machen? Und finde ich ein spannendes Thema. Und dann war da natürlich naheliegend, okay, ich verbringe irgendwie einen Tag beim Zoll. Und das wäre jetzt ein Video gewesen, was ich jetzt nicht auf meiner Liste hatte, aber was halt super gut zum Content passt und wo sich das dann ergibt. Also sowas passiert dann schon. Wenn man sich das jetzt so vorstellen könnte in deiner Arbeitsweise, wie viele Videos hast du jetzt so liegen oder Videokonzepte hast du liegen, wo du sagen könntest, die könnten wir auf den Stehgreif nächste Woche sofort produzieren? Nicht so mega viele, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade auch kein Video, was irgendwie gedreht ist oder fertig irgendwo rumliegt. Also bei mir ist das so, Videos werden fertig geschnitten und dann gehen die sofort online. Okay. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da krass einen Vorlauf habe oder so. Das hätte ich gerne, weil das manchmal schon den Stress rausnehmen würde. Aber in der Regel werden die Videos kurz vor Upload auch tatsächlich erst fertig geschnitten. Ja. Und ich habe schon irgendwie eine Liste an Themen, die ich gerne machen möchte. So jetzt zum Beispiel für dieses Jahr noch irgendwie ein paar Videos. Aber das Ding ist halt, die brauchen manchmal auch ein bisschen Vorlauf, weil wir dann Protagonisten suchen, die da irgendwie für passen. und die müssen wir anfragen und dann dauert dieser Prozess manchmal ein, zwei Monate. Das heißt, wir haben jetzt schon Videos oder Leute angefragt für Drehs, die wir dann wahrscheinlich im September und Oktober machen werden. Das heißt, ja, wir sind jetzt schon mit den Leuten in Kontakt, schreiben parallel ein Konzept, Dreh ist dann irgendwie im Oktober vielleicht und dann geht das Video im November online. Also es braucht schon manchmal ein bisschen Vorlauf. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Experimente, die man so ein bisschen schneller produzieren kann. Oder wo die Leute, die Protagonisten so ein bisschen spontaner sind und sagen, jo, wir können nächste Woche drehen. Aber so der komplette Prozess dauert schon so mindestens einen Monat, würde ich sagen. Krass. Von Idee bis Upload. Wie, ähm, was soll ich sagen gerade? Wie funktioniert das beispielsweise, wenn du jetzt Leute dafür anfragst? Hast du häufiger auch bei bestimmten Themen so Sachen, die jetzt so explizit sind, wie, weiß ich, du drehst in einem Springer-Club. Wie kriegst du die Leute dafür ran? Ähm, also machst du dann Aufrufe, explizit Aufrufe, fragst du bestimmte Läden an oder, ähm, kommen die Leute oftmals auch auf dich zu und sagen, hey, magst du dich darüber berichten, wir würden uns zur Verfügung stellen? Also das Letzte passiert manchmal. Ähm, das war zum Beispiel so bei meinem Video, wo ich versucht habe, in ein Flugzeug notzulanden. Da hatte der Fluglehrer, der auch einen YouTube-Kanal hat, hatte irgendwie kommentiert, hier, willst du mal was zum Fliegen machen? Ähm, und dann hatten wir den irgendwie kontaktiert und, ähm, darüber gesprochen, okay, was könnte man denn machen, weil es ein spannendes Thema ist. Passiert manchmal, ist aber relativ selten. In der Regel ist das so, ähm, wir gucken dann, ähm, was gibt es für mögliche Drehorte jetzt bei Swinger-Clubs zum Beispiel, haben eine Liste gemacht, okay, das sind die Swinger-Clubs in Nordrhein-Westfalen und dann gucken wir, okay, welche sind irgendwie gut bewertet, sehen schön aus, dass es auch eine schöne Dreh-Location ist, ähm, findet man dazu irgendwelche Informationen raus und dann fragt man irgendwie, keine Ahnung, einfach mal fünf an und schaut, was passiert. Und, ähm, wenn dann einer dabei ist, machen wir mal ein Vorgespräch, gucken mal, wie die Leute erstmal so drauf sind und, ähm, gehen dann da vielleicht in die weitere Planung. Bei anderen Protagonisten ist das dann eher so, dass wir gucken, okay, gibt es Personen, die sich schon mal irgendwie zu diesem Thema geäußert haben, jetzt zum Beispiel Swinger zu finden, war auch gar nicht so einfach, weil nicht so viele Menschen öffentlich darüber sprechen, dass sie, ähm, Swing gehen so. Genau, das denke ich mir, das ist ja schon so ein, ich sag mal, so eine, kann man das so nennen, so eine Subkultur, wo man so sagt, so, das ist jetzt nichts, wo man so krass mit Hausieren geht. Genau, und die Leute dann erstmal zu finden, ist nicht so einfach, aber glücklicherweise leben wir ja in Zeiten von Social Media und es gibt dann doch immer wieder einzelne Personen, die dann einen TikTok-Account haben, bei dem sie dann mal über das Thema gesprochen haben und so war das auch in dem Fall, also wir hatten da jetzt irgendwie zwei, ähm, unterschiedliche Protagonisten, die wir, ähm, über Social Media angefragt haben, weil die auf TikTok einfach darüber reden und beide wären dabei gewesen, dann haben wir uns für die einen entschieden, so, weil das so produktionstechnisch, äh, am besten gepasst hat, aber das ist halt dann so ein Go-To-Weg, also gucken, wer sich schon mal irgendwie geäußert hat, auch irgendwelche Experten, die vielleicht irgendwie was dazu veröffentlicht haben, ein Buch geschrieben haben, eine Studie gemacht haben oder irgendwie in einer anderen Dokumentation mal ein Interview zu dem Thema gegeben haben, so suchen wir dann die Leute und manchmal gibt es natürlich auch die Fälle, keine Ahnung, äh, einen Drogendealer, den wir begleiten, das ist dann halt mehr so über irgendwelche Connections, ne, also dass man dann schaut, ähm, hier, wir kennen jemanden, der kennt jemanden, da, ja. Hast du da einen, einen expliziten, wo du sagen kannst, also, den, den nennst du jetzt natürlich nicht, aber du so einen besseren Zugang zu diesem ganzen Bereich hast, ist aber vielleicht zu dieser Schwarzmarkt-Szene, dass du sagen kannst, ja, guck mal, ich kenne hier vielleicht einen, der würde sich dafür zur Verfügung stellen, der muss aber so ein bisschen, äh, so der muss natürlich anonym bleiben, et cetera, pp. Wie kommst du, wie kommst du in solche Bereiche ran, von denen du, selbst, also, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen, äh, von denen du selbst ja eigentlich gar nicht so, man dich auch nicht einschätzen würde, dass du da so stattfindest, ähm, wie, wie kommst du in diese Bereiche ran? Das ist natürlich am schwersten, aber das läuft dann auch über irgendwelche Leute, die ich kenne, die vielleicht, ähm, ja, auch mehr, ähm, keine Ahnung, Szenen internt unterwegs sind. Sweet Credibility haben, wie in anderen Szenen noch so ein bisschen unterwegs sind, und, ähm, die ich dann anhaue, und die dann irgendwie vielleicht da, wen kennen, also, ja, es läuft irgendwie über Connections irgendeiner Art und Weise, ja. Und jetzt sind wir ja, äh, bei dem, ja, bei dem beliebten Thema angekommen, die Drogenvideos, ne, ähm, erst einmal, was mich interessiert, wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, dass du den Schritt machst, weil das ist ja jetzt, ich sag mal, wenn wir es aus, 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 das erste Thema, wo du sagst, guck mal, ich hab eine Produktionsfirma, oder, oder ich produziere YouTube-Videos, und das soll mir auch ein bisschen Lebensunterhalt finanzieren, da wäre es jetzt die beste Idee, als, also, als Thematik, so Drogen zu nehmen. Ja. Wie kamst du dazu dann zu sagen, ja, egal, ich mach das trotzdem? Naja, also, ehrlich gesagt, war schon mein zweites, Selbst-Experimenten-Drogen-Video, und zwar Cannabis versus Alkohol, wo ich, äh, die beiden Substanzen, äh, verglichen habe. Du hast es so einzig getestet, da wird es so, ja. Verschiedene Tests habe ich dann einmal betrunken, einmal bekifft gemacht, weil ich damals schon irgendwie zeigen wollte, okay, das eine ist so legal, alle Leute konsumieren es, äh, bei jedem, bei jeder Dorfparty wird super viel getrunken, und das andere ist illegal, wird so ein bisschen verteufelt, aber das ist vielleicht gar nicht so viel schlimmer, eigentlich ja sogar weniger schlimm als Alkohol, und, ähm, genau, das war damals so das Erste, und, ähm, ja, mit den, mit der Zeit habe ich mich immer mal wieder, also ich fand das immer selber sehr interessant, so verschiedene Substanzen, die irgendwie verschieden auf den Körper wirken, ohne dass ich davor irgendwie selber viel ausprobiert habe, aber ich fand das super faszinierend, und, ähm, dann war das erste weitere Selbstexperiment dazu, glaube ich, das Magic Mushrooms Pilze, ähm, Video, ähm, weil ich das auch einfach mal irgendwie, ja, mich damit beschäftigt hatte, gehört hatte, dass, ähm, dass ein super starkes therapeutisches Potenzial auch in solchen psychedelischen Substanzen steckt, ähm, dass die gar nicht gefährlich sind, und dass man da in so einen anderen Bewusstseinszustand kommen kann, und, ähm, das fand ich dann schon spannend, und hab mich damit beschäftigt, mit Experten geredet, oder auch gelesen, und, ähm, ja, dachte dann, es gibt so viele, so Lebensbereiche, ähm, von denen viele Menschen so ein falsches Bild haben, oder, ja, so gerade Drogen werden so oft verteufelt, ähm, und es fehlt oft so ein bisschen die, die Aufklärung darüber irgendwie, also es gibt ja viele Leute, die konsumieren einfach, und die konsumieren, die kann man ja auch nicht einfach so wegdenken, die sind ja einfach da, ja. Also nicht umsonst, ähm, ja, gibt es ja viele Drogen, die krass weit verbreitet sind in verschiedenen Szenen, ähm, aber, ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, dann einfach gar nicht darüber zu sprechen, dass das stattfindet, sondern man sollte dann eher gucken, okay, wie, also was steckt dahinter, ähm, wie wirkt das Ganze, aber was sind vielleicht auch Risiken, wie kann man darüber aufklären, damit, wenn jemand irgendwie Bock hat, das irgendwie zu machen, der da das so sicher wie möglich macht, also safer use ist halt, ähm, so ein großes Thema da bei. Wie gehst du, wie gehst du mit Kritik auf solche Themen um, wenn beispielsweise Leute kommen und sagen, hey, ja, was fällt dir denn ein, so über, über Drogen, ich sag mal, im Zweifel dann auch, äh, positiv zu berichten, äh, im Sinne von, ja, du machst die und die Erfahrung und von außen wirkt das vielleicht dann gar nicht mal, dass man so sagt, ach Mensch, eigentlich so schlecht ist das ja gar nicht, vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren, ähm, wie, wie kriegst du immer die Waage hin, zu sagen, okay, die, also kommunikativ den Weg zu gehen, okay, das ist jetzt, äh, klar, es ist eine Droge, so, ähm, und ich will hier nichts verherrlichen, aber will auch niemanden anlügen darüber, was die Risiken angeht, weil sie stellenweise vielleicht gar nicht mal so hoch oder so groß sein mögen, wie es oftmals dargestellt wird. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig und ich mache mir da auch immer viele Gedanken dazu, wie ich das so, ähm, ja, da die richtige Waage finde, dass das irgendwie nicht zu verherrlichend ist, aber auch nicht das, äh, fälschlicherweise total verteufelt. Und, äh, mein Weg ist dann einfach auch viel mit Experten zu reden, Leute, die, ähm, sich wissenschaftlich mit diesen Bereichen beschäftigt haben, weil da gibt es tatsächlich eine Menge Menschen, die, ähm, auch dazu geforscht haben, zu verschiedenen Substanzen oder sich da wirklich gut mit auskennen und, ähm, ja, die Wissenschaft ist da oft so ein bisschen anderer Meinung als die, die Allgemeinbevölkerung, ne? Ja. Also, ähm, was ich zum Beispiel auch super krass faszinierend fand, und zwar irgendwie Heroin, denkt jeder von uns, ist, ähm, super gefährlich, ähm, ich will jetzt nicht dafür, äh, nein, 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 lass uns gleich, äh, Heroin spritzen, aber, ähm, dass reines Heroin gar nicht so problematisch ist, dass du damit 100 Jahre alt werden kannst, wenn, äh, du das in einem kontrollierten Setting machst, ähm, das ist halt faszinierend. Also, da war ich in Berlin bei so einer Stelle, wo ein Arzt legal echtes Heroin ausgibt an, ähm, suchterkrankte Menschen, die, ähm, ja, Heroin konsumieren, und, ähm, da passiert das dann halt in einem geschützten Rahmen und hilft den Menschen. Ist ja auch eine, also die Geschichte zu Heroin ist ja auch eigentlich eine relativ spannende, weil ich glaube, damals wurde Heroin, wenn ich jetzt komplett falsch liege, über den Bayer-Konzern veröffentlicht, als, äh, deswegen kommt, daher kommt ja auch der Name, ähm, wurde ja benannt nach der heroischen Wirkung, ähm, weil es galt zwischendurch so als Allzweckmittel, so, und, äh, Heroin, aber man, ich glaube, es war eine andere Art der Einnahme, so, irgendwann kam dann einer auf die wilde Idee, sich das Zeug zu spritzen, so. Ja, also selbst, also Heroin kannst du ja auch so als Droge auf verschiedene Arten konsumieren, du musst es ja nicht spritzen, ähm, ja. Aber, ja, auch das super faszinierend, super viele heute illegale, bekannte Drogen wurden von irgendwelchen Pharmakonzernen, ähm, erfunden und auch, ja, eingesetzt, ne, also. Prinzipiell entdeckt, wenn man so will. Genau. Die haben also eigentlich so, so ein, so ein hausgemachtes Problem fast schon wieder. Ja. So, und dann, äh, findet man Heroin dann später auf den, auf den Straßen wieder, wobei du ja gerade schon sehr richtig sagst, ist, äh, wahrscheinlich das größte Problem an Heroin, dass der, dieser saubere Stoff Heroin kaum existiert. Genau. Also das ist das größte Problem auch allgemein, in diesen, in diesen Schwarzmärkten, weswegen man, ich glaube, äh, im Thema, in Kriminalisierung oder vielleicht auch, äh, in der Arbeit gegen den, gegen den Schwarzhandel, äh, einfach mal dort ansetzt, zu sagen, ja, vielleicht kümmern wir uns eher darum, dass nicht so ein Dreck auf den Markt kommt, wie es beispielsweise bei Cannabis oder in der ganzen, in der Cannabis-Diskussion stattfindet, weil, äh, an sich, der, der reine Stoff Cannabis ist ja nicht mehr das Problem, es ist eher so, genau, das ganze Drumherum, der Dreck im Umlauf ist, so. Ja, genau, und ich glaube, das ist bei eigentlich allen Substanzen so, ähm, wenn man das irgendwie, entkriminalisiert, also die Kriminalität ist, glaube ich, ein großes Problem, weil durch die Kriminalität geht das alles halt in so eine Schattenwelt irgendwie. Grundsätzlich, ja. Ja, wo, wo es dann halt, ähm, ja, gepanscht wird mit irgendwelchen anderen giftigen Substanzen und wo man keine Aufklärung hat, wo, ähm, man nicht weiß, wie man das irgendwie sicher konsumieren kann und so. Und, ähm, ich glaube, in allen Bereichen wird es helfen, wenn es nicht, ähm, krimine, also, wenn man nicht kriminalisiert werden würde, nur dafür, dass man ein Drogenkonsument ist und, ähm, ja, dass es da Aufklärung gibt, um das halt möglichst safe zu machen, so. Ich meine, das ist ja auch die logische Konsequenz, so, das Schwarzmarkt-Handelsko, du hast schon ein Produkt, was es eigentlich im öffentlichen Markt nicht zu, nicht zu besorgen gibt, äh, und wie holst du den bestmöglichen Umsatz raus, du streckst den ganzen Scheißdreck. So, und, äh, ich glaube, das ist mal der Hauptfakt, den die Leute mal, oder den die Politik mal angehen sollte, und nicht, dass du da anfängst, so einen, so die ganzen Kleindealer da irgendwie einzuknasten, so, weil, im Endeffekt, im Endeffekt führt es ja zu nichts, außer das Leben zerstört werden, so, und, ähm, natürlich zerstören, also, wir wollen das auch nicht kleinreden, natürlich zerstören Drogen auch gewisserweise, äh, Leben oder, oder Lebenskonzepte, äh, 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 im Endeffekt ist keiner mit geholfen, wenn wir, wenn wir die Strategie weiterfahren, wie wir sie gerade fahren. Eben, und was ich da auch voll spannend finde, ist, äh, sich mal anzuschauen, wie Sucht eigentlich funktioniert, eine Abhängigkeitserkrankung, weil es ist ja nicht so, dass, ähm, wir jetzt sofort abhängig werden, wenn wir einmal irgendeine Substanz ausprobieren, sondern, da steckt ja was dahinter, das sind ja oft irgendwelche, ähm, psychischen Erkrankungen, irgendwelche Probleme in der Kindheit oder was auch immer, die dazu führen, dass man dann so eine, äh, Substanzgebrauch, Gebrauchsstörung oder wie auch immer das richtige Wort ist. Möglicherweise im Endeffekt sogar multiplizieren, so. Ja, äh. Das ist ja oftmals, so beispielsweise bei Cannabis, wenn du in einem, in einem, ich sag mal, äh, schlechten, vielleicht, oder nicht optimalen psychischen Zustand bist, dass es, äh, dass es ein Multiplikator dafür sein kann, wie diese Droge wirkt. Genau. So in welche Richtung auch immer, sei es positiv oder sei es negativ. Wenn du super gelaunt bist, hast du einen guten Tag, so alles toll und, äh, und schließt diesen wunderbaren Tag mit einer Lunte ab, dann sind die, die Leute grundzufrieden mit dem, wie der Tag so, oder ziehen ein super Tagesresümee. Wenn der Tag scheiße war und du knallst dir nochmal eine Lunte hinterher, dann versinkst du vielleicht nochmal viel tiefer in die Suchtgefahr von Cannabis, dem man ja auch nicht kleinreden darf, im Sinne von, es ist ja eher eine psychische Abhängigkeit, weil du kannst, soweit ich weiß, korrigieren mich bitte, ich will jetzt auch keine Scheiße labern, ähm, ich glaube, die große, große Suchtart Cannabis kann nur psychisch erfolgen, oder? Ich glaube auch, das ist, äh, auch eine, ich glaube, bei vielen Substanzen ist es so, dass es, äh, sehr psychisch ist, also so ein psychisches Abhängigkeitspotenzial, aber auch da, ich kenne auch Leute, die auf Cannabis hängen geblieben sind, die ihr Leben dann nicht mehr auf die Reihe bekommen haben, und, äh, das ist schon irgendwie traurig zu sehen auch so, wenn, wenn man irgendwie Freunde in der Schule hatte, die dann irgendwie, ähm, ja, nichts gemacht haben, weil sie einfach den ganzen Tag gekifft haben, so, ja, aber, ich glaube, die Beispiele kennt gefühlt, ich glaube, gerade in unserer Generation, und ich könnte mir auch vorstellen, auch in den älteren Generationen, aber die reden nicht so viel darüber, äh, ich glaube, in unserer Generation kennt viele, ich weiß nicht, Schau, wie ist es bei dir? Hast du bei dir im Umkreis welche, die so kiffermäßig, er nickt viele? Ich glaube, ich glaube, die Beispiele kennt jeder, so, und das, alleine dieser Punkt, dass das viele kennen, zeigt eigentlich schon, wie groß das Problem eigentlich ist, gerade bei uns, in, in unserer Generation, ich meine, wir sind eine Generation mit der, äh, mit der Volkskrankheit, vielleicht liegt es eher daran, dass mehr darüber geredet wird, oder, ähm, vielleicht einfach, weil die Welt so ist, wie sie ist, aber wir sind eine, wir sind eine Generation, die geprägt ist, oftmals von der Volkskrankheit, Depressionen, oder, äh, vermehrt psychische Erkrankungen, die auffallen, ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es immer steigend, es werden immer mehr, ähm, die, die solche Symptome aufweisen, solche Krankheitsbilder aufweisen, äh, und ich, ich glaube, wenn, wenn man da mal, äh, auch in der, in der Drogenprävention, mal richtig ansetzen würde, und nicht da irgendwie so, solche Larifare-Geschichten, vom Stapel des, wie es leider in den letzten Jahren, des Häufigeren passiert, ist, und sich mal nicht mal richtig der Sache annehmen möchte, sondern grundsätzlich einfach nur verbietet, einfach nur damit das Thema so erledigt ist, ich glaube, da werden wir schon ganz gut beraten. Voll, ja, ist ja auch immer die Frage so, warum konsumierst du eine Substanz, konsumierst du einfach nur mal an einem Wochenende, weil du irgendwie einen schönen Abend haben möchtest, ähm, oder konsumierst du, weil du dadurch irgendwie deine Probleme wegschiebst, weil du dadurch irgendwie abstummst, was auch immer, ähm, das, ja, das beeinflusst natürlich, ob du ein problematisches Konsumverhalten entwickelst oder nicht, aber wenn du nur irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat irgendwie, kiffst irgendwie, weil du dann einfach dir einen schönen Abend machst, irgendwie, was Geiles da zu Snackst, irgendwie im Film guckst, Musik hörst oder so, mit Leuten zusammen, dann ist es ja nicht irgendwie problematisch irgendwie. Überhaupt nicht, aber es ist auch genau, genau wie beispielsweise mit dem Alkohol, der, da gab es eine interessante, äh, Reportage zu, die ja, ich sag mal, verheerendes Feedback bekam, ich meine, das war, Y-Kollektiv? Ich glaube, es war Y-Kollektiv, ähm, wo eine, eine junge Frau, ich glaube auch eine Journalistin, von dem, des Formates. Karolin von der Gröben. Die, die Caro, ist die, die ist verwandt, ist sie verwandt mit der, mit der Ulrike von der Gröben von RTL? Ja, und ich glaube, ihr Bruder ist auch so Schauspieler, es ist irgendwie so eine Familie, wo jeder vor der Kamera steht. Die von der Gröbens, Shoutouts an der Stelle. Ne, und da hat man richtig, die Abgründe so ein bisschen gemerkt, wie, wie, wie einfach es eigentlich ist, oder wie, wie, wie sorglos man eigentlich mit dem Problem Alkoholsucht umgeht, so, wo die dann auch in dem Video, und ich glaube, das hat sie dann selber auch gemerkt, wo sie schon gereizt war, oder genervt war, ach, jetzt würde ich mir gerne Wein reintrinken. Wo du dann auch sagst, ist eigentlich schon, ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, dass du schon, so, so, genervt, oder ich sag mal, stark emotionale Muster aufbaust, nur weil du den Konsum nicht hast, dann, ich glaube, da bist du schon ein bisschen zu weit drin. Genau. Dann sollte man merken, dass es irgendwie ein bisschen... und es gibt ja auch so einen Leitfaden, anhand dessen man sich irgendwie so lang hangeln kann, wo Alkoholsucht anfängt und aufhört, und sobald es jedes Wochenende ist, dass du dich abschießt, ich glaube, dann bist du schon problematisch drin, aber das ist viel normalisierter bei uns heutzutage, als, oder vielleicht auch schon immer, als, als man sich das vielleicht denken mag, so. Stimmt. Da muss man, da muss man aufpassen. Was ist denn das nächste große Drogenexperiment, damit wir da schon mal kleinen, kleinen Hintern... Das nächste große Drogenselbstexperiment, da ist gerade ehrlich gesagt noch gar nichts geplant. Was gibst du noch? Du hast schon so viel durch. Genau. Mittlerweile ist, glaube ich, alles durch. Nee, ich will auch nicht nur der Typ sein, der Drogenselbstexperimente macht. Wenn man sich meinen Kanal anschaut, ist es auch gar nicht so häufig, ehrlich gesagt. Aber ich werde schon natürlich am meisten darauf angesprochen. ist natürlich auch irgendwie ein spannendes oder auch polarisierendes Thema. Total. Aber genau, gerade nichts geplant. Es wird bestimmt noch mal irgendwann was geben. Es gibt ja auch einige legale Substanzen, die spannend sind, die irgendwie psychoaktiv wirken. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt. Hast du Lachgas schon durch? Lachgas? Hattest du vor kurzem? Genau, ja. Ja. Die Lachgas-Thema, ja, okay. Es ist auch verrückt, dass das auf einmal überall am Start ist. Ich habe das Gefühl, Lachgas gibt es doch schon immer irgendwie. Ja, eben. Aber irgendwie, jetzt auch noch mal deutlich mehr geworden. Also auch so, sieht man auch in den Zahlen, mehr Jugendliche konsumieren Lachgas auf einmal. Ich habe so das Gefühl, es kommen manchmal so Geschäftskonzepte auf, die eigentlich schon so auf der Hand liegen, aber keiner geht die an. Wie beispielsweise so Flink oder so ein Scheiß. Wo ich mir denke, ey, warum hat das hier schon vorher einer gemacht? Das ist doch voll logisch eigentlich. So, dass du einfach so einen Supermarkt zum Liefern machst. Aber da kam irgendwie nie einer drauf. Und zu dieser Corona-Zeit hat wir gerufen, hat das einer irgendwie rausgeholt. Dann war Gorilla-Star, dann gab es Flink. So, habe ich das Gefühl, ist das mit Lachgras auch so. Irgendjemand kam so auf die Idee, Lachgras mal so eine Schatulle mal so verkaufen. So, auf einmal funktioniert das scheiße über gut. So, das ist halt voll egal. Und die Leute pfeifen sich das rein wie Sau. So, ja, letztens bin ich auch über die Regeln gelaufen. Ich mache ja immer meine Abendspaziergänge. Ich bin ja großer People-Watcher. Ich gucke mir ja gerne Leute einfach an. Das finde ich auch sehr gut. Ich setze mich irgendwo hin oder ich gehe irgendwo lang und nebenbei gucke ich mal, was die Leute einfach so tun. Weil Köln ist da sehr, ich glaube, von demografisch nicht so absurd wie Berlin teilweise, aber trotzdem unterhaltsam. So, und du hast auch eine große Partykultur hier und du musst einfach nur über die Regeln gehen und die Leute angucken und du hast schon eigentlich einen gemachten Abend. Das sind wirklich absurde Gestalten darunter. Und da war auch so eine Truppe junger Männer. Ich glaube, also vom Dialekt, ich kann das immer schwer zuordnen. Entweder waren es Australier oder Briten und der hat sich alle komplett mit Lachgas zugeflankt. Jeder hatte so eine Ampulle in der Hand und hat sich eins nach dem anderen reingejagt. So, die waren richtig gut drauf und waren da auf Party-mäßig unterwegs. Da war so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, das Lachgas-Ding ist anscheinend so voll das Thema, aber ich habe so gar keine Meinung dazu. Ja, also jetzt nach dem Video würde ich sagen, ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, dass das jetzt wieder so krass da ist. Also, es ist vergleichsweise keine super gefährliche Substanz, aber wenn du das so regelmäßig konsumierst und du wirst ja bei diesen großen Behältern ja quasi motiviert, häufiger zu konsumieren, dann kann das halt schon irgendwann problematisch werden. Und mir hat auch nach dem Video jemand geschrieben, dass er irgendwie im Krankenhaus lag, weil er irgendwie Rückenmarksschäden bekommen hat, weil er zu viel Lachgas konsumiert hat. Ach, das geht? Krass. Ja, genau. Also, es kann schon heftige Nebenwirkungen haben, wenn du es übertreibst. Deswegen auch da die Sache wie immer, es mal auszuprobieren, einen guten Abend zu haben, voll okay, aber irgendwie regelmäßig sich da die ganze Flasche reinzuballern, ist keine gute Idee. Du hattest gerade eben was angesprochen, dass du vermerkt immer oder vermerkt angesprochen wirst auf dieses Drogenthema beziehungsweise, dass du so ein bisschen dieses Image hast. Wie, inwiefern, bist du manchmal an dem Punkt, dass du sagst, oh, hätte ich niemals dieses Drogenthema angefangen, weil es dich vielleicht auch ein bisschen nervt, welche Meme-Kultur darum entstanden ist oder sagst du dir, ach ja, ist halt so, ist dir eigentlich relativ egal? Ja, also, grundsätzlich ist mir das egal. Ich weiß, so ist das Internet. Ich finde es auch manchmal selber lustig, irgendwie, wenn ich dann auf Twitter da irgendwie ganze Sachen sehe. Also, ich sehe das ja alles, gerade Twitter und so kriege ich natürlich alles mit. manchmal ist es natürlich irgendwie schon nervig, weil man immer darauf reduziert wird, irgendwie, hier, Tomatolix, lebt sein bestes Leben, konsumiert den ganzen Tag Drogen, verkauft es als Selbstexperiment, die ganze Scheiße. Aber es ist ja legit das, worüber die Leute halt so reden, das ist ja zu sagen, ja, der Koks den ganzen Tag und das ist irgendwie so Gag, so Gagnamen, wie so Koksolix entstehen oder so ein Scheiß. So, wo du jetzt sagst so, ey, Mann, das ist so, an sich, ich bin ehrlich, ich würde lügen, wenn ich mich jetzt von Freisprecherin auch mal vielleicht den einen oder anderen Gag gemacht habe, aber im Endeffekt ist es auch so ein bisschen, ja, so, was du halt so dachtest, das chillt einfach mal so ein bisschen, ich glaube nicht, dass ich den ganzen Tag Drogen nehme, du bist jetzt gerade nicht drauf auf irgendwas, weil dann hätte ich die Sorge, ey, wir sind gerade mit dem Auto gefahren. Aber das ist alles, ey, das würde ich ja gar nicht schaffen, so, also im Freibad, natürlich bin ich da nicht unterwegs. Das Ding ist, ich versuche, sorry, muss ich mir gerade vorstellen, wie du ja eigentlich nur lattenstramm arbeitest die ganze Zeit. Den ganzen Tag. Also, es wird nicht funktionieren, da könnte ich auch nicht meine Sportselbstexperimente oder was auch immer parallel machen und ja, also das Ding ist ja, ich konsumiere ja dann vielleicht einmalig irgendwas und mache das ja dann, um daraus ein aufklärerisches Video zu machen. Und es ist ja auch so, dass ich das dann nicht irgendwie alleine mache, sondern dass dann irgendwie Leute und ein Produktionsteam irgendwie dabei ist. Genau, also es findet ja in so einem anderen Rahmen statt. in einem sehr gesicherten Rahmen mit Leuten, die sich auch mehr mit der Substanz auskennen. die sich damit auskennen, die da so ein bisschen Auge drauf haben, dass da irgendwie nichts passieren kann. Deswegen würde ich auch nie empfehlen, das einfach nur so just for fun zu machen, sondern das schon lieber so ein bisschen kontrolliert, wenn überhaupt. Und ja, klar, also manchmal nervt es ein bisschen darauf dann reduziert zu werden, weil ich glaube, dass meine Arbeit schon ein bisschen vielseitiger ist, als sich den ganzen Tag irgendwelche Substanzen reinzuballern. Aber ich verstehe, dass das das Internet ist. Ich bin, ja, seit 2010 dabei. Ich weiß, dass das so funktioniert. Und wahrscheinlich profitiere ich ja auch irgendwo davon, dass ich dadurch zumindest den Leuten irgendwie im Gedächtnis bleibe. Und dann ist das auch okay für mich. Geil. Gibt es eine Droge, wo du sagen würdest, auf keinen Fall, die selbst nicht mal in den Crew zu träumen, würde ich die nicht anrühren? Boah, ja, garantiert eine Menge. Ich glaube, so Sachen wie Meff ist raus. Ja, genau. also ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so an diesen ganzen chemischen Sachen da so interessiert, sondern ich finde so natürliche Substanzen, die von irgendwelchen Kräutern oder Pilzen oder so kommen, viel faszinierender, so was quasi wirklich von der Natur gebildet wird. Ähm, ja genau. Da muss man den Himalaya-Honig muss man machen. Hast du von dem schon mal gehört? Habe ich schon mal überlegt, habe ich auch schon mal ein bisschen zu recherchiert, aber das ist irgendwie, da gibt es ja irgendwie so ein Joko und Klaas-Video, ähm, aber es ist... Echt? Ja, ich glaube... Ich habe nur mal was drüber gelesen. Ja. Nee, nee, Ayahuasca ist was, ist eine Pflanze gewonnen. das wird aus der Ayahuasca-Ranke und dem teehaltrigen Blättern wie Shakuna gebraut. Geil! Nee, das ist so ganz spezieller Honig und ich weiß aber nicht, warum der Hai macht. Also, es soll so einzelne Gebiete in irgendwelchen Gebirgen geben, wo die Bienen dann nur den Nektar von bestimmten Pflanzen sammeln können, weil nur diese Pflanzen da wachsen und dadurch soll das, soll der Honig halt so psychoaktiv wirken. Aber, ich habe da so ein bisschen zu gelesen und ob das wirklich starke psychoaktive Effekte hat, ist sehr umstritten und diesen Honig zu kriegen ist auch super kompliziert. Ich glaube, da musst du da hinreisen, weil im Internet wird zwar viel Honig verkauft, der so wirken soll, aber der kommt dann nicht daher, sondern das ist halt irgendein Honig, den dir irgendwelche Leute teuer verkaufen. Also, genau, ist nicht so super. Viel Beschiss auf dem Markt. Ja, genau, also, da recherchiere ich natürlich immer sehr lange, gucke mir super viele Sachen an, habe dazu mir, glaube ich, sogar ein Buch bestellt, wenn ich mich recht erinnere und genau, dann dazu entschieden, okay, das wird jetzt kein Video werden. Aber ja, war auch schon mal eine Überlegung auf jeden Fall. Okay, okay, wo sind wir zeitlich gerade, Shorty? 45? 50? Ja, da kann man noch langsamer schon mal, machen wir hier einen kleinen Schnitt. Felix, da kommen wir jetzt langsam allmählich mal zum Cornerbuch. Weißt du, was das Cornerbuch ist? Natürlich weiß ich, was das Cornerbuch ist. Sehr gut. So, ich hoffe, ich habe hier die richtige Seite auf. Aber du lässt die Leute das nicht selber ausmalen oder so? Nee, wir stellen das ja alles so und dann fülle ich das alles selber aus. Okay. Das mache ich alles, wollte ich denn die ganzen, ah, hier habe ich die ganze Frage, super. Also, fangen wir an mit dem großartigen Cornerbuch, das ist immer mein Lieblings, das ist auch Shortys Lieblingsteil, ne Shorty? Ja, ich habe die Frage ja auch rausgenommen, weil ich immer das Maßband vergesse. so, deswegen fangen wir ganz simpel an, Name Felix. Felix. Felix, hast du einen Spitznamen, abgesehen von Tomato Licks? Nee, ehrlich gesagt nicht. Flixi. Ja, würde man jetzt denken, aber es ist irgendwie auch nicht so, also, Felix ist eigentlich auch ein kurzer Name, für den man jetzt nicht unbedingt was braucht, also. Es ist tatsächlich, dass du Felix heißt, bringt mich auch unter anderem ein Dilemma, weil ich habe das Gefühl, in Köln ist Köln so eine Felixstadt. Ich weiß auch nicht. Bevor ich irgendwie mit YouTube angefangen bin, kannte ich keinen Felix und jetzt sind so viele Felixe, die mir schon begegnet sind, dass, ich weiß nicht, was da so der Zusammenhang ist, zwischen YouTube-Kanal erstellen und Felix heißen, aber irgendwas, muss da drinstecken. Ich schwöre dir bei Gott, das ist ein richtiges Dilemma, seitdem ich in Köln wohne und ich hätte niemals gedacht, dass der Name Felix mir mal so zum Verhängnis wird, aber ich bin nur umgeben von Felix. Ich habe letztens gezählt, allein in meinem Dreckensumfeld sind sechs verschiedene Felixe, so, sechs Stück, so. Ich hatte nicht mal einen Freund damals, Jetzt habe ich sechs Felixe um mich rum und ich muss jedem irgendwie einen anderen Spitznamen geben, damit ich das so zuordnen kann, aber dich nenne ich eigentlich meistens immer normal, Felix. Gut, ja. Geburtstag, du hast, das war Richtung Ende November, das war 93er. Genau, 25.11. Der 25.11. Das ist, was ist das für ein, ist das Skorpion noch? Ne. Was ist das? Schütze. Schütze. Was bist du im Ascendenten, weißt du das? Keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Was hast du? Wenn, wenn Felix, Tomatodex, sehe ich jetzt auf dem Wochenende immer wieder einen auf dem Putzhaut. So. Und du gehst jetzt mal schön in eine Bar was trinken. Was bestellt sich Felix? So alkoholmäßig? Darf auch, darf alles sein. Jetzt sag aber mal, ich will immer nicht diese langweilig, das ist diese typische, ich nenne sie immer despektierlich die Jodie-Antwort, ich will nicht Wasser hören. Ne, also ich bin, bin ja irgendwie so ein bisschen in die Weinwelt eingetaucht, habe ja auch irgendwie meinen eigenen Wein rausgebracht und war auch letztes Wochenende bin ich, habe ich irgendwie Urlaub auf so einem kleinen Weingut gemacht, habe ich da zwei Nächte geschlafen, war auch nett. Das heißt also, ich bin oft nicht so der Fan von so härteren Spiritusen, sondern ich finde, so ein guter Weißwein, so ein leckerer Weißwein. So was mit gedigener Umdrehung. Genau. Und ich finde von Wein kannst du, also da bist du auch gut dabei, wenn du irgendwie so deine vier, fünf Gläser Wein getrunken hast, das merkst du schon ganz gut. Also ich finde, das war mein persönliches Selbstexperiment. Das haben wir mal in einer Podcast-Folge gemacht, in unserer Kaffee-Ein-Mann-Folge 100. Wahrheit oder Wahrheit haben wir sie genannt. Das ist tatsächlich einer der einzigen Moment, ich habe sonst immer nur mal so genippt oder mal probiert oder so, aber ich trinke ja gar kein Alkohol. Und das war der einzige Moment, wo ich mal betrunken war. Da habe ich mir eine dreiviertel Flasche Weißwein reingeknallt. Ah, krass. So, und da bin ich wirklich wahnsinnig betrunken in dieser Folge und das ist auch wirklich, glaube ich, ja, das ist nicht die größte Sternstunde meiner Internetkarriere oder meiner Internetpräsenz. Bin ich auch nicht so wahnsinnig stolz drauf, aber sie ist da. Deswegen, Wein kann gut zünden. Voll. Also, ja, hat zwölf Prozent oder so und wenn du dann da ein paar Gläser trinkst, das merkst du schon gut. Und ich finde, das ist ein guter, angenehmer Rausch, den ich ganz gut kontrollieren kann oder auch, ich trinke halt dann viel Wasser so dazwischen und wenn du dann so schön beim Wein bleibst, dann geht es dir am nächsten Tag auch nicht so schlecht. Tomato ist die kleine Weinmaus. Eher Rotwein oder Weißwein? Ich bin schon eher so der Weißwein-Typ. Ach, Weißwein? So ein leichter Weißwein, so ein leichter, sommerlicher, spritziger Weißwein. Ja, ja, ja. Da sehe ich mich. Haben wir einen Weißwein? Was magst du denn gar nicht? Es kann alles sein. Es ist egal, es können Leute sein, das finde ich aber vielleicht immer ein bisschen gemein. Es kann, es kann, es kann eine Sache sein, in jeglicher Form und Farbe, wie sie dort existiert. Was ist eine Sache, wo Tomat und nichts sagt, das finde ich kacke? Boah, also natürlich mag ich nicht so was wie Ungerechtigkeit, wenn irgendwelche Leute ungerecht behandelt werden. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Oder Oliven. Oliven finde ich auch nicht so geil. So richtig aufgebaut hast denn gerade. Oliven. Was magst du da hingegen? Was findest du richtig geil? Richtig geil? Ja. So essensmäßig finde ich Eis richtig geil. Ich könnte jeden Tag Eis essen. Was ist deine lieblings Eissorte? Wenn du jeden Tag Eis essen kannst, dann bist du Connoisseur. Ja, also Go to Ice ist so ein gutes Erdbeereis, Erdbeersorbet. Sorbet? Nichts mit falsch machen, also was Fruchtiges, soßes. Ja, doch, das geht auf jeden Fall immer klar. Ich sag ehrlich, ich bin ja auch ein möglicher Typ, aber die beste Combo ist für mich ungeschlagen die gute alte Erdbeer-Vanille-Kombo. Kann man nichts mit falsch machen? Machst du nichts mit falsch mit? Ice Cream United, schön mal Podolski-Döner oder Podolski-Eis, schön mal Erdbeer-Vanille rein in den Schlund. Super. Gibt es sonst noch eine andere Sache, jetzt, wenn wir nicht von Essen reden? Was findest du super? Gerechtigkeit, sag ich jetzt. Gerechtigkeit. Was ich super finde, also ich mag meinen Pudel sehr gerne. Du hast einen Pudel? Ja, einen kleinen Pudel. Wie heißt der? Henning heißt der. Geil. Genau. Warum ist der nicht hier? Der ist gerade zu Hause. Boah, Mann, das wäre jetzt voll mein Highlight. Ich finde Hunde so witzig. Ja, also Hunde bekommen mich mittlerweile, also früher, also hatte ich auch jetzt nur so Kaninchen vielleicht als Haustiere, aber jetzt irgendwie seit, seit vier Jahren habe ich jetzt den Hund und bin seitdem schon so ein kleiner Hundemensch geworden. Hunde sind cooler eigentlich, oder? Ja, das macht schon Spaß. Meine Mitbewohner hat Katzen. Aber die eine, weißt du, die eine ist cool, weil sie macht nichts. Eddie, der ist chillig, der ist chillig, das wäre auch so eine andere Katze. Ich sage auf ernst, ich hoffe, sie hört nicht zu. Fuck ab, die fängt krass ab. Ja, richtige Assi-Katze. Deswegen, ich bin so, was so die Katzenfraktion angeht, ich habe eine kritische Meinung dazu, sage ich dir ehrlich. Ja, ich glaube, Katzen können auch was haben, sind auch süße Wesen, aber ich glaube, Katzen haben es auch faustdick hinter den Ohren. Ja, und manchmal mir dann auch immer ein bisschen zu viel. Zum Beispiel, Eddie, der chillig, der ist saudumm, der ist schweineblöd. So, und das ist aber auch das, was ich an ihm mag. So, der macht keinen Stress, der macht keinen Ärger und die andere ist zu schlau, die ist irgendwie, die findet immer einen Weg, um mich zu ärgern und abzufangen und ich glaube, die hat auch wirklich so ein persönliches Problem mit mir. Aber das wollen wir hier nicht zentralisieren. Was ist eine Sache, die keiner über Tomatolix weiß? Die keiner weiß? Gibt es so ein Secret? Boah, bestimmt eine Menge, weil ich, ja, schon irgendwie viel aus meinem Privatleben auch irgendwie nicht zeige oder ist, also bei mir soll es halt schon immer um den Content gehen und nicht so um mich so als Person. Um Gottes Willen, aber ich will dich jetzt nicht aus der Reserve locken. Erzähl das, was du erzählen möchtest. Also eine Sache, die wirklich gar keiner weiß. Ich finde es interessant an, also ich finde Gerüche interessant und ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so Zahnseite benutzt hast und was dann da rauskommt? Das riecht richtig ekelhaft. Aber das, wenn ich so Zahnseite benutzt habe, rieche ich da manchmal. Ehrlich? Also das klingt jetzt ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen wollte. Naja, ja, ähm, Gerüche. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ey, ich glaube sogar, das ist mit einer der besten Antworten, die jemand mal hier rausgegeben hat. Finde ich stark. Ne, finde ich super, finde ich super. Äh, hier ist noch ein Punkt, das war mir unangenehm. Wollen wir die Situation gerade nehmen? Sehr gerne. Perfekt. Pass auf, ich mache immer, jetzt kommt mein Lieblingspunkt, weil du bist eigentlich gar nicht der große, der große Typ dafür, glaube ich zumindest, so schätze ich dich ein. Stell dir mal, wir machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Du hast einen guten Tag. Du gehst gerade ein bisschen so durch die, durch die Seitengassen Kölns. Dir kann nichts passieren, das ist kein Ärger. Auf einmal kommt ein Typ entgegen, unsympathisches Gesicht. Oh, der stört dich schon. Nein, aber wenn du guckst. Und der tritt dir voll gegen ein Schienenbein. Was wäre die Number One Beleidigung, die jetzt ein Tomatolix loshaut? Oder, ich glaube nicht, dass du den beleidigen möchtest, ich glaube, du bist ein sehr friedfertiger Typ. Ja, ich glaube auch, ich bin grundsätzlich relativ friedfertig. Aber gibt es so Schimpfwörter, die du so favorisierst? Ja, also ich wäre dann wahrscheinlich schon beim klassischen Hurensohn. Oh, wirklich? Oder dreckiger Hurensohn. Also, es ist halt, es ist der, ich weiß nicht, es ist der Klassiker, ne? Es ist der Klassiker, er hat sich auch abgezeichnet innerhalb des Formates, dass Hurensohn tatsächlich der meistgewählte Begriff ist. Ich meine, ja, ich war, also früher in meiner Jugend war K.I.Z. so mit einer meiner Lieblingsbands. Wirklich? Die haben ja auch viele Hurensohn-Lieder. Ja, Und, also wenn ich so richtig gereizt bin und dann so eine Beleidigung aus mir rauskommt, dann könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit der gute alte Hurensohn sein. Ja, Der gute alte Hurensohn. So nenne ich die Folge. Der gute alte Hurensohn. Spaß. Ähm, das würde ich machen, wenn ich nicht YouTuber-Content-Creator wäre. Ein alternativer Berufsweg quasi. Was hättest du dir auch vorstellen können? Ähm, also in meiner Schulzeit wollte ich immer, wollte ich zuerst Moderator werden und dann wollte ich Kameramann werden. Ja. Jetzt bin ich das ja beides. Wenn es nichts im Film- und Medienbereich wäre, könnte ich mir ganz gut was Soziales vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, irgendwie so, ähm, so Sanitätermäßig, so Krankenwagen fahren, ähm, irgendwie so Menschen helfen, weil, ich war früher in der Schule auch so, äh, Schulsanitäter. Ey, Schulsanitäter, davon würde ich auch ausgesucht. Ich hab mich da erst so, erst hab ich so angesagt, ey, ich hatte echt Bock drauf so. Habe ich das irgendwie so im letzten Moment abgesagt, weil ich dann, war mir das da auch irgendwie wieder zu viel. Ja. Nee, aber das ist cool. Das ist cool, wenn ihr das macht. Seid mir Schulsanitäter. Wenn ihr das angeboten wird, ich glaube, es ist immer mehr in Schulen, äh, macht das mit, ey. Das ist gar nicht so verkehrt. Eigentlich ganz cool. Ich hab's auch gemacht, weil man dann darüber quasi den, äh, Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein quasi kostenlos bekommen hat. Ja, hab ich da gedacht, ja, safe. Und, Digga, stand, saß ich völlig umsonst da vier Stunden in diesem Scheißraum rum. Und, ey, ist ja auch nicht so verkehrt, so ein bisschen Erste-Hilfe-Kenntnisse zu haben und dann da so irgendwie ab und zu mal eine Pause im Sanitätsraum zu verbringen, ähm, fand ich dann auch nicht so, so schlimm so, ähm, also, ja, in so einem Bereich irgendwie so was, ähm, Soziales, Pflegendes, in so eine Richtung, da hab ich großen Respekt vor, aber ich glaube, dass mir das schon auch Spaß machen würde, weil man da halt so direkt so Feedback von den Menschen bekommt, dass man denen hilft tatsächlich und zwar auch in der Notsituation oder so. Aber man sieht es ja auch akut, alleine an dem Punkt dessen, dass sie nicht abgekratzt sind. Ja. Ja. Fantastisch. So was. So, ich glaube, wir sind damit weitestgehend Ah, warte, ne, ich hab mir, mir ist nämlich noch was Neues, das hab ich noch nicht gar nicht aufgeschrieben. Mir ist noch ein neuer Punkt eingefallen, äh, den wir noch neu mit reinnehmen und zwar, was ist deine Weisheit an die Welt? Was kannst du den Leuten mitgeben? Da sind die Leute immer unvorbereitet drauf, finde ich immer gut. Ah, meine Weisheit an die Welt. Ähm. Das kann auch was einfach Holste, was einfach was Nettes. Ja, ich, ich, es ist schwer, das irgendwie so in Worte zu fassen. Ich versuche immer so, alles ziemlich positiv zu sehen und so, ähm, keine Ahnung. was mich zum Beispiel richtig abfuckt ist, wenn sich Leute über so alle Kleinigkeiten aufregen oder selbst wenn es irgendwie, keine Ahnung, meine, meine Eltern sind, wenn irgendwie im Restaurant der Kellner was Falsches gebracht hat und die dann da direkt unfreundlich werden, sondern einfach so mit, ähm, einer Freundlichkeit irgendwie in die Welt zu gehen und einfach, ähm, ja, Dinge nicht so ernst zu nehmen, wenn halt irgendwie mal was irgendwie nicht so cool ist, dann ist das so, das ist auch scheißegal. So, das wäre so cool. So ein bisschen, ein bisschen mal entspannt. Genau, einfach mal entspannt. Locker durch die Hose atmen. Genau, ja. So, sehr schön. Lieber Felix, Henkel. Dann mache ich demonstrativ das Vorderbuch zu. Ich bedanke mich vielmals, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Ähm, wenn ihr den ganzen Kram eher per Audio hören wollt, und es gibt natürlich auch mehrere Folgen, es ist natürlich nicht nur die Folge mit Felix, aber das ist die aktuellste, dann könnt ihr euch das überall reinziehen, auf Apple und Spotify, natürlich auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, äh, youtube.com slash Henkenbergen. Checkt auch Tomatolix aus. Ich verlinke natürlich den ganzen Bums von dir. Ähm. Auf jeden Fall mal abonnieren. 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 Video liken und so. Einfach mal ein bisschen. Bewertet auch auf jeden Fall, wenn ihr auf Spotify hört, das ist sehr, sehr wichtig, bewertet den Podcast, und ihr könnt dem Podcast auch folgen. Ähm, ansonsten, ihr könnt auch bei Apple bewerten, das könnt ihr auch machen. Album, überall wo ihr irgendwie Bewertungen findet, schreibt da irgendwas Gutes rein, schreibt da auch gerne was Schlechtes rein, wenn ihr irgendwas Schlechtes findet, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, bis dahin, bedanken wir uns für euch das Zusehen. Wir machen den, den Händeschüttler. Vielen Dank, Felix. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Oh, ich bin gerade angewiesen. Der nervt mich jetzt. Äh, zur nächsten Folge in der Corner. Macht's gut, liebe Kinder. Tschüssi. 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 Tschüssi.